Ich glaube, ich bin ein ganz schlechter Akteurer, also ähm... Filmrolle. Boah, Filmrolle. Ja, ich glaube so zum Beispiel, äh, natürlich Hauptdarsteller. Irgendwo in einem Film. Spontan. Wenn ich einen aussuchen kann, dann Nicolas Cage in Gone in 60 Seconds, weil er die 50 Autos reinfahren kann. Und das wären schon einige dabei, die ich auch mal gerne fahren würde. Ich wäre gerne bei dem Film Inception dabei gewesen. Keine Ahnung, welche Rolle, aber ich finde den Film richtig cool. Auch für die Details und so. Einfach richtig cool gedreht und die Idee ganz gut. Gladiator ist einer meiner Lieblingsfilme auch. Einfach so, wie er sich so durchspeist. Und ja, es beschreibt ein bisschen gut, wie das Leben sein kann. Man ist zuerst oben, dann ist man fast gefühlt ganz unten. Und dann arbeitet man sich hoch und am Ende ist zwar nicht ein Happy End, aber am Ende kann man glücklich sein, was man erreicht hat. Und deswegen wäre ich gerne ein Gladiator. Streben nach Glück ist eigentlich so einer meiner Lieblingsfilme. Will Smith auch einer meiner Lieblingsakteure und da hätte ich gerne mitgespielt. Von Liam Neeson, 96 Hours. Finde ich einfach geil, wie er da alle weg macht in seinem hohen Alltag. Und dann auch seine Familie beschützt. Oh. Es gibt viele gute Filme. Ich hätte gerne Itch. Kennst du Itch? Von... Von... Vielleicht... Einfach mal... Who is Miss? Von Who is Miss richtig geil? Oder... Inception? Da hätte ich gerne dabei gewesen. Bad Boys, ja. Bad Boys. Das ist typisch. Das ist ein Brett. Ja. Ist auch anspruchsvoll, denke ich. Ich hätte gerne bei Gladiator den Gladiator gespielt. Jack Sparrow. Flucht der Karibik. Ja, James Bond. Klar. Wahrscheinlich irgendein Superheld. Ja. Ja. Auch mein Vorfahren. So ein Tor oder so, finde ich cool. Aber dann hätte ich halt hier meinen Vertrag vorher auflösen müssen. Ja, Titanic. Leonardo DiCaprio. Warum? Ja, das war ein geiler Typ. Großartig.